Dann führe ich euch mal durch mein Zimmer. Das sind ganz nette Möbel hier, kann man zufrieden sein. Ein Schrank, der sehr geräumig ist, passt alles rein, inklusive Koffer, Reisetasche und so weiter. Ich habe Fernseher, werde ich nicht viel brauchen vermutlich. Da ist der Balkon. Ich gehe gleich mal raus mit euch. Hier hinten ist noch so eine kleine Sitzecke. Der Sessel, da habe ich schon gesessen. Es ist sehr bequem. Das Bett werde ich heute Abend ausprobieren. Tja, man kann nicht meckern. Ich bin ganz zufrieden. So, da werden wir mal rausgehen. Das ist eine herrliche Luft. Und komischerweise überhaupt nicht so kalt. Der Wind ist ein bisschen frisch. Ja, aber sonst. Oh, ich entdecke sogar einen Wäschetrockner hier. Das ist ja klasse. Wenn ich mal was auswaschen muss. Nicht schlecht. Ja, also, ich muss sagen, ist schön hier. Hier könnte man sogar sitzen, wenn es wärmer ist. Ich bin ja noch eine Weile da. In vier Wochen kann viel passieren mit dem Wetter. Ein herrlicher Anblick an der Ostsee. Ist das schön. Und die Sonne scheint. Es schneit. Es ist auch ganz schön frisch. Gut, dass ich gestern noch vorne am Strand war. Heute früh war noch Schnee. Jetzt haben wir ziemlich Wind, aber Sonne und der Schnee ist wieder weg. Hoppake. Bis zum nächsten Mal. Erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Einfach richtig schön hier. So richtig entspannend. Ein paar vereinzelte Möben schwimmen nach vorne. Das Wellenrauschen. Wenig Wind heute früh. Ja. Ein kleiner Gruß an unsere Community von Marietzel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 heute ist das meer ziemlich friedlich nur ein sanftes plätschern aber es ist herrlich, es ist richtig schön hier, ganz leichter wind, überhaupt nicht kalt, toll, das genieße ich richtig so 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 so